Hallo und Herr... Hä? 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 Wo sind wir hier? Wo sind wir? Was sollen wir hier machen? Wir... haben hier einen fetten... ...Turm. Turm? Ja, Turm. Turm. Ok. Ich glaube wir sollten mal da rein, weil mehr habe ich hier auch nicht gefunden, während du da gepennt hast. Lass mich. Hat eine harte Reise hinter uns. Wie auch immer und was auch immer hier los ist. Ja, ich bin hier schon seit 8 Stunden am rumlaufen und du... Warum gehst du nicht in den Turm? Hast du Angst oder was? Ja. Ich geh nach oben. Warte ich auch vor. Was ist hier los? Wie kommen wir nach Hause? Durch den Turm. Ah, hier ist eine Kiste. Durch den Turm. Wow. Ich nehm die Kackeln. Ich nehm die Pfeile. Ich nehm den Kompass. Mann. Steinachs F. Dungeon Level 1 und Level 3. Ich hab ne Map für Level 1 und Level 3 bekommen. Ja. Guck mal. Komm mal her. Hab ich so? Ja. Ich will aber wieder haben. Wow. Nice. Ja ne. Für Level 1 und Level 3 hab ich so ne Karte. Hier war noch ein Buch mit dabei. Aber das ist... Du hast die Karte wieder. Hier hast man noch das Buch. Hä? Was geht hier? A Turnpage. ich spür ich guck mir jetzt die Karte Level 1 an wenn ich runterkomme Skelette Skeleton ganz viele Skeleton jetzt kommt Super Novak und alles ist tot ey so Level 1 mal angucken wo sind wir ich weiß gar nicht wo wir sind wird mir nicht angezeigt ja ach ne komm wir gehen einfach mal durch ok was ist das hier denn ein Zombie ist das hier oder was war das mal bevor die Monster hier reingekommen sind vielleicht war das so einer wie wir so ein Gestrandeter hier in der Welt hat sich hier was aufgebaut und die Monster sind hier einfach rein gestolziert einmarschiert ey ja vielleicht hat er es nicht geschafft was ist wenn wir es nicht schaffen werden dann haben wir ein Problem mit den Druckplatten uh werfbarer Trank der Langsamkeit da du Skelett nimm das guck mal wie langsam das jetzt ist ich gehe durch okay du bist dran hab's gut überlebt wollen wir mal Türen markieren wo wir herkommen mit Fackeln mach das damit wir nicht alles doppelt gehen müssen also nicht alles doppelt abgehen was ist das für Raum keine Ahnung okay da war der Typ anscheinend noch am Bauen ne ja hmm oh hier ist auch was Neues oh oh Gebets Raum hallo Knopf und oh oh mein Gott weißt was wir gefunden haben den ersten Wizzerskelettschädel nice und wir nehmen die hier direkt mal mit haben grad noch gesagt dass wir die nicht dass wir keine haben ne kaputt gemacht ah ich will mal was testen ob das hier funktioniert die bücherregale könnten wir theoretisch auch mitnehmen aber naja es funktioniert was denn die chest denn so chest ist da nur weil chest öffnen das wird jetzt noch die bücherregale abbauen aber naja ja mach doch ich geh weiter ja das halt ey coolen kirchenraum hmm 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 hier lang guck mal guck mal aah hehehe ey soll ich dir mal was zeigen ne boah das funktioniert glaub ich gar nicht oder guck mal guck mal doch ich sehs hehehe nice nice ne also hier geht's schon mal nicht weiter oder hast du dann ab 2 gut gefunden ne ok ich zieh ins gletschädel wieder aus also ab hier durch aah mach mal auf dankeschön oh jetzt da dann oh 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 ein spawner Kiste und ein spawner eine 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 Kiste und ein spawner hallo sterben bitte Kiste 18 fall fuck meine fuck ja da danke wer klopft hä Leute ich hab einen spawner bekommen lol funktioniert wieder wir haben einen spawner oh 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 na uiuiuiui cool geil was das hier vor rein gibt guck mal krass 9 wo heute ja natürlich gibt sie heute Sachen und zehn Steinziegel cool gefällt mir wie viele Pfeile in die Stecken hallo fach oder bin ich für das Markieren zuständig so wo bist du jetzt lang da dann ok hier erst da rüber oder da durch die Tür da da hast du Angst ja du nein ah hier war bestimmt so ein Arbeiterraum von denen da und ein bisschen ruhen ok ich glaube er hat er hat seine ungewöhnliche Religion mit dem pinken boden wir wollen es erst gar nicht wissen da ist ein knopf da will ich hin da hinten ist ein knopf hast du blöcke dabei ich hab ein paar zäune ich hab 62 tnt hier ich hab ein paar zäune ja mann genau so wow na toll du bist unten ah nein 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 hallo da geh ich nicht lang scheiß auf den knopf nein ich weiß wo ich blöcke herkriege hauptsache dass ein zombie verreckt irgendwie hier vorne ist im einen coolen raum da waren zehn steinziegel in der kiste hauptsache da noch mehr hin rennen als irgendwo blöcke abzubauen und sieben holzblöcke ja da können doch dinge spawner sein ich hab sie mal gucken hier ich hab ein ja siehst mal viel spaß damit hatte ich hattest du ja auch holzblöcke bringen eh nix die fackeln direkt ab ja aber ich habe eh noch zehn steinziegelblöcke ich habe noch zwei treppen ja ich will's mit treppen weiß ich nicht vielleicht müssen wir irgendwo hoch ja wahrscheinlich ja wahrscheinlich hauptsache ich bin gesneaket wegen der lava will den button drücken und klopfen stein davor boah alter die sind zombies ey ok die Tür ist offen lass mich da reingehen ich hab mir die arbeit gemacht ok ich versuch's mit holz oh mein gott was neu ist AAH ey komm rein komm rein komm rein komm rein was ist da dann uff 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 scheiße AECED SWORD SAGURAL STICK REDNAVE SWORD LEGGINS CHESTPLATE MOUR SWORD ey ich will die CHESTPLATE haben kann man die sich einfach so mitnehmen ja ey die heißen jetzt sogar so eingefärbte LEGINS ey die heißen sogar so was ja wie auf den Dingens wie auf dem was auf dem Schilder steht das sind meine Trophäen und alles in Novak Chest rein Hauptsache ich habe einen Kohleblock aufgenommen Nemesis der Gliederfüße 1 auf einer Steinpick auf einer Steinaxt Mord okay ich glaube wir müssen jetzt doch da drüber das Läge Läge bei mir und hier drei Fackeln vorstellen weil es hier nicht mehr weiter geht wirst du vorgehen ich überlasse dir die Ehre so vorzugehen voll easy so ups du hast voll den Pfeil in den Halsader bekommen aber ich habe Spawner bekommen, Spiderspawner Gute Erze mitnehmen, ich glaube nicht aber hier ist auch irgendwie nix ja wir könnten eigentlich runterjumpen aber ne ne das ist schief da waren wir noch nicht ich habe es noch gesehen vorhin ja ich auch und weiter geht's das war eine schöne Fall wenn ich das hier sehe wieder so ein aAAAAAAA AAAAAAA aaaaaa HALLOO es hat gelappt es hat gelappt ich habe schon mit dem Kompass mit ich habe auch einen aber verwende ihn nicht falsch hier müsste ein mob drin sein das wäre cool so ein boss mob aber schon mit dem lauf ich jetzt rum da war noch einer da ist die treppe nach oben die treppe nach oben wir haben jetzt zwei skelettschädel und ein wiser hier geht es nirgendwo mehr lang und hier klopft die ganze zeit jemand das höre ich auch schon die ganze zeit und ich war ein slime findest du mich überhaupt noch dann müssen wir nämlich hier lang wo du gerade eben alles in die luft gesprengt hast ich habe ich auf aufnahme ich muss sie erst mal wieder finden ja meine xp klauen hier gibt es erze hier gibt es zombies die hinterher laufen ich sehe nur erze ich spüre keine zombies in mir hier sind nur erze also geht es nach da durch die tür ja du kannst du auch mal auf mich warten auch ein cooler raum ja auf dich warten während die ganzen dings zombies am folgen sind ja ne danke ja jetzt fennst du weg dein helme ist kaputt nein gar nicht du hast den schädel auf ja sieht man nur so komisch ok ich setz mal wieder den helmen auf enderman redstone blut 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 Aber ich werde hier erstmal von zwei Skeletten hart gepistet, weil die sich genau abteilen und ich die nicht mehr treffen kann, weil die mich immer nach hinten schießen. Hard-daaaah. Ups, sorry. Hoch kann ich nicht, runter kann ich. Ah, cool, haben die neu gemacht mit der Treppe runtergelegt zu sein. Vieles neu gemacht. Aus Skelett. Leck. Ah, hier sind Spawner, scheiß Skelett-Spawner. Ey, den kriegen wir nicht down. Boah. Ey, ich mach den jetzt durch die Wand down. Ah, mach die mal kaputt. So. Die machen wir nicht kaputt. Hab kaputt gemacht. Ja, mach mal hier diese Dinge kaputt. Drei Herzen, ne, vier Herzen. Boah. Drück mal F5, drück mal F5, bitte. F5. F1, F2. Nein! Wo sind wir die Karten? Uiuiui, hab ich viele Pfeile in mir. Ja. Ich hab hier schon mal alles ausgelöscht. Okay. Also ich geh mal hier lang, ich muss was essen, sonst regenerier ich mich. Nehmen wir direkt hier den ersten Weg. Okay. Ah! Ah, Cave Spiders! Was? Die fistet mich. Boah. Lava. Lava. Spinne. Spinne-Spawner. Ah, hier sind wir jetzt. Boah, renn doch durch mein... Durch mich durch. Während sie am Apo... Ah, Spinne! Boah! Hast du das gesehen? Ja. Boah, ich hab mich tot gesehen. Oh, ich hab da was Schönes gefunden. Was denn? Das gehört alles nie her. Mit Ketten-Dingens. Oder was meintest du? Ja, sag es doch. Meine Krone! Und vier XP-Flashchen. Ah, cool. Ach komm, wir gehen unkoordiniert einfach durch die Gänge. Die Zombies haben uns gerade zugestimmt. Du weißt ja, bei Sand musst du auch passen, ne? Ja. Ach so, hier ist wieder so ein Raum. Boah, ich mag die neuen Sachen. War da irgendwas Gutes drin? Nö, nur Holzzeug. Und Lava. Aber hier will ich irgendwie nicht durch. Warum nicht? Ich hab nur sechs Holzblöcke. Komm. Schafft man, ne? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die sechsten Welt. Nö. So halb. Da hab ich da hingestellt. Boah! Boah! Nice! Na, du kannst auch noch... Ein Hexentreffen! Boah! Irgendein Geheimraum. Auch was Neues. Nein, ne Hexe! Fuck! Da ist ne Hexe. Ich geh da nicht rein. Du gehst da rein. Eine muss mit mir kommen. Und ein Enchantment Table ist da drin. Ja, dann lass... Oh, die Hexe steht hinter dir. hat sie gedroppt? gar nix gutes hab ich denn ein skelettschädel? ich hab einen stacken die sich? ja ok hier ich geh jetzt da rein die hex ist ja tot nice redstone laterne zum mitnehmen kettenstiefel ne endertruhe ich hab silktatsch wir können da erstmal stuff reinschmeißen und dann abbauen ich schmeiß erstmal voll viel stuff rein ja ich hab noch genug platz in meiner chest ja ich auch aber trotzdem boah schon 12 ähm skelettschädel ja nice solle ich die abbauen? ja bam ja ne endert chest da gibt noch was gutes in dem rosa farbster den enchantment stable hast du auch mitgenommen gut 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 ähm wo gehts lang? dort gehts lang aber geil ey was man hier so alles findet auf so ner tour ja auf jeden fall ich frag mich aber immer noch wo wir sind und wo das zuhause ist ja irgendwo im nirgendwo ahaha und da kommen wir hier lang? ja links lang hier waren wir nämlich noch nicht ich war nämlich dann gerade am gucken weil wir unkoordiniert durch laufen ne hier muss doch irgendwas sein ne ich guck deshalb genau an die wand ob da irgendein Knopf ist aber hier die räume verstehe ich nicht äh wieso der wollte ein paar pflanzen haben wenn er schon unten unter der erde wohnt aber der ist schon ziemlich lange weg so ungepflegt wie es hier aussieht jaaa oder vielleicht hat er es extra gemacht vielleicht war es ja damals hero brian der dann zur bösen seite gewechselt ist vielleicht ist hero brian noch hier oh ja genau wieder mal du mach dem alles kaputt vielleicht ist er dann böse auf uns ja das passiert halt hm ein raum voller pilze was findet man denn noch hier so aaa ein lavaraum aber irgendwie ist die lava komisch zu hoch oder so 1 6 6 10 7 7 8 8